Ja, morgen liebe Community. Groom Brewster mit dem ersten Produkt LeCock Rock Intimate Deo Creme. Kommen wir gleich zum Produkt. Für mich als Sportler, egal ob im Amateur- oder im Profibereich, ist immer wieder wichtig eben auch die Pflege des Körpers, auch natürlich die Herausforderungen und Probleme, die entstehen durch Funktionswäsche, durch Reibungen, die man immer wieder hat. Und die Creme hat sowohl die Funktion des Schweißbindens, antibakteriell zu sein und auch eine Art Schutzfilm zu bauen und auch allgemein überhaupt den Intimbereich pflegen zu können. Das heißt auch zum Beispiel unter den Armen als Deo-Ersatz oder nach dem Rasieren. So setze ich das ein und ich denke auch, dass es uns Sportlern auch hilft, einfach viel, viel gepflegter an den Stellen auch zu sein, die oft beansprucht werden. Dieses ganze Duschen, allen drumherum, ist dann doch für unsere Haut und für unseren Körper eine Belastung. Und gerade im Intimbereich sollten wir Verantwortung für unseren Körper übernehmen, auch wenn das Produkt natürlich auch ein bisschen lustig und cool und auch zweideutig gemacht ist, geht es wirklich darum auch, dass wir auch Verantwortung für unseren Körper übernehmen, wir Männer, und das nicht nur von den Frauen erwarten. Und ich glaube, das muss auch mal ausgesprochen werden, dass es auch in die andere Richtung geht. Und das geht mit diesem Produkt. Ich kann es nur empfehlen. The Cock Rock. The Cock Rock.